In Vordingburg sind gehäuft akute allergische Reaktionen und Atmungsprobleme bei älteren Menschen aufgetreten. Du weißt nie, wann sich deine Welt verändern wird. Augenzeugen berichten zufolge, sind die Symptome nach einem heftigen Regen... Aber wenn sie es tut, brauchst du einen Plan. In diesem Regen ist ein Virus. Aber wohin gehen wir? Lauf! Wir sind gleich da! Bloß ein da! Hier seid ihr sicher. Ich kann als Einzige was tun. Vati, ich verstehe das alles. Niemand der Fass muss finden. Er ist der Schlüssel zu all dem. Ich komme so schnell zurück, wie ich kann. In Bord. Wir warten seit fünf Jahren. Vati kommt nicht. Ich will hier raus. Wir nehmen die mit. Die wissen, wo es Essen gibt. Habt ihr auch nicht mitgekriegt, dass alle umgekommen sind, als der Regen kam? Die, die nicht sofort gestorben sind, haben dann noch alle anderen infiziert, bevor sie dann doch verreckt sind. Du trägst die Verantwortung dafür, dass wir vor Sonnenuntergang den Bunker finden. Ich trage nur Verantwortung für Rasmus. Du glaubst, dass die Welt wie früher ist. Aber das ist sie nicht. Du musst sie erschießen! Was seid ihr denn nur für Tiere? Sie war tot, als ihr Fuß das Wasser berührt hatte. Übernutz dich nur, Martin. Bist du ihr Sklave? In dieser Welt gehört niemand irgendwen. Es geht nicht nur ums Überleben. Es geht um Hoffnung.